Da platzt mir noch wirklich fast die Hutschnur. Jetzt lese ich in der Bild-Zeitung Friedrich Merz. Sie wollen jetzt Marschflugger. Jetzt kriegen Sie von mir eine deftige Ansage, weil jetzt reißt mir wirklich die Hutschnur. Es ist friedlicher Sonnenschein draußen in Deutschland. Wir haben Temperaturen um die 20 Grad. Wir haben es nicht mal zu heiß, aber Sie haben wahrscheinlich heiß gebadet. Sie haben doch, nee, das meine ich wirklich ernst. Sie haben zu heiß geduscht. Wofür sind Sie eigentlich in Deutschland tätig? Sie kriegen ein fettes Gehalt von 20.000 Euro. Das hätte ich gerne als Musikproduzent. Was machen Sie in der Regierung? Sie machen im Moment gar nichts. Sie halten Maul auf dem Pfeil. Und Sie verlangen jetzt, dass Deutschland wieder Waffen schickt. Marschflugkörper. Haben Sie wirklich zu heiß geduscht, Herr Merz? Jetzt mal ehrlich. Die CDU steht für die christlich-demokratische Union Deutschlands. Da war ich Fan von Helmut Kohl. Und ich bin es immer noch. Ich bin immer Helmut Kohl, weil als ich Kind war, war mein Idol. Und jetzt reißt mir, jetzt platzt mir wirklich der Kragen. Nein, da kann ich wirklich mal aggro werden. Ich glaube wirklich, Sie haben alle die ganze Riege der Politiker zu heiß gebadet. Wahrscheinlich hatten Sie keine gute Kinderstube und sind mit dem Düsenjäger durchs Wohnzimmer geflogen. Sie wollen jetzt wieder Waffen schicken. Wenn Sie Frieden wollen und Frieden schaffen, geht nur ohne Waffen. Das ist mein Veto jetzt, den ich hier an den Tag lege. Und das ist mir auch völlig egal. Völlig scheißegal, was andere darüber denken. Wenn Sie jetzt Marschflugkörper, wenn Sie jetzt nur einen einzigen Marschflugkörper dorthin schicken, dann garantiere ich, werde ich nie wieder die CDU wählen. Nie wieder. Weder die SPD in der Ampel, die Ampel oder die CDU. Dann sind Sie für mich gestorben. Beenden Sie endlich dieses Chaos. Beenden Sie den Krieg. Und den beenden Sie sicherlich nicht durch Waffen. Dankeschön.